I'm fine. Nein, ich sitze auf der Jacke drauf, deswegen rutsche ich wieder nach hinten. Cookie Heart. Erstmal werden wir kein Karaoke singen. Gerade vielleicht mal an Musik aus oder andere Musik an, weil sonst bist du vielleicht wirklich kritisch. Oder du singst mit. Noch 21 Follower bis 700. Crazy, oder? Wie sind wir da so schnell hingekommen? Stellt euch mal vor, wir schaffen die 700 Follower vor unserem 2-monatigen Jubiläum. Das wäre voll krank, oder nicht? Das wäre voll cool. Ich brauche GTA Vibes, das tut mir leid. Okay, danach aber vielleicht wieder eine GEMA-freie Playlist oder sowas, weißt du? Warum? Das wird doch eh nicht bei dir am Streaming im BOD angezeigt. Die Musik? Das wird alles rausgeschnitten bei Switch. Der Ton ist dann weg. Ja, aber der gesamte Ton dann weg. Man hört mich auch nicht mehr reden. Ja, aber wenn ich da doch nochmal was für später ausschneiden möchte, weißt du? Dann darum geht's. Das ist jetzt halt schwierig. Nee, deswegen meinte ich von jetzt bis... Okay, egal. Mega cool. Wirst du Spiele spielen oder reden heute Abend? Laura ist heute Main-Character. Ja, dann erstmal im Zug schlafen oder so. Fühl ich, Marc. Fühl ich. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von Übelkeit. Also drück... Da waren wir gerade. Guck mal hier nichts. Ja, das habe ich eben schon gezeigt. Das war eben auf meiner Seite. Voll schön. Wie lange streamst du schon und bitte sag keine Uhrzeit. Seit dem 2. September. Was kannst du machen? Komischer Tag heute irgendwie... dass wir jetzt alles... ... schufte Zeit 20 oder ne printer mal nicht eins together? Ein Beispiel haben wir doch contacten? asses *** Mach 2 1 1 1 2 3 Vielen Dank. 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 Okay, viel Erfolg Basti, wollte ich sagen. Ich häng mich noch an meinen Remix. Oh, sehr nice. Oh, sehr nice. Auch viel Erfolg. Viel Erfolg Sven. Yeah. 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 Busty 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 Busty